Robin Hood, dem Spion des Sheriffs, hat es die Sprache verschlagen. Willkommen in meinem... Ich will, dass der Mann redet. Der Sheriff benötigt deine Dienstleistung. Lass mich los! Entweder heilst du diesen Mann oder du schlagst es. Sein Name ist Henry of Lewis. Er ist hier, um dem Sheriff zu verraten, wo der König an Land gehen wird. Ich lasse nicht zu, dass er den König verräßt. Nicht Robin. Ich kann seinen Verstand vernebeln. Er wird vollkommen verwirrt sein. Wo bin ich? Sie hat ihn vergiftet. Robin Hood, heute um 21.10 Uhr.